Haben Sie? Blaues Blut? Gestern sind Sie getrunken. Nein, ich brauche auch hier aus Bodenhaltung. Darf ich Sie besonders mitnehmen? Ja, darf ich Sie mitnehmen? Darf ich Sie ausleiten? Gut, okay. Es ist ein Experiment. Aber es ist sicher. Es ist todsicher, kann man sagen. So, machen Sie sich bitte frei. Ich meine, Jacke weg. Jacke weg. Sehr gut. Schal und Kleid. War Spaß. Okay. Okay, ab in die Kiste. Assistent. So, rechter Pust. Ja, das war was richtig anderes. Das rechts. Und jetzt rauf damit. Sehr gut. Hier. Okay, und rein in die Kiste. Ja, ja. Sehr, sehr gut. Als hätten wir es schon mal gemacht. Sehr gut. Und unten in die Hocke. noch hier. Jetzt hier. Sehr schön. Aber jetzt keine Zicken mehr. Von? Das ist nicht erlaubt. Keine Sorge. Es ist schlimmer als saugen. Das habe ich schon hundertmal gemacht. Habe ich schon hundertmal gemacht. Irgendwann muss es ja mal klappen. Soll ich oder soll ich fliegen? Ja. Ich bin das an. Ja. 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 Wie geht es immer wieder? Ja. Gar nicht mehr so. Waratt. Ich aber doch. Hier! Wer fand ich schlecht? Wie findest du die Uniken hier? Na? Wie ist es sonst noch nicht wert? Hä? Na, jetzt macht's doch Spaß! Hier ist Spaß bei der Arbeit! Du hast jetzt wieder ab, oder? Ich bin fertig! Ich bin jetzt doch nicht fertig! Das kann ganz gut sein! Jetzt ist Ruhe im Garton! Hey, da bleibt man nicht! Und jetzt gerade ich! Aber sadista! Ich mag es! Ja! Wie willst? Die nächste bitte? Hörst du was? Gibt nichts? Ja, herein! Raus! Da bin ich ja raus! Sätt dich wieder hin! Sturz und Dicke machen! Kam alles in Dicke machen! An mir richtig weg! Jetzt ist die eine Netze! Kollege! W'll! Das ist es. Aus. Schwer? Kau mal. Kann ich jetzt. Kann ich mich einfach. Diese Zeit. Kau mal? Ja, schwer. Lauf. Ja. Das ist, Untertitelung. BR 2018